So, 10 Sklaven Trauer töten mit Schleichttötung. Ja, ist lustig, hm? So, er lacht gleich nicht mehr. Vielen Dank, Waldläufer! Ich müsste mal wieder üben, Gula! Wir sollten ein paar Gefangenen aushungern und sie wie Gula auf dem Boden kriechen lassen. Selbst wenn wir nichts haben, dann hat er riesen Spaß! So. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Danke. Sieben. Das wird die Acht. Das wird die Neuen. Da komme ich nicht durch. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Immer wenn ich dort vorbeigehe, spüre ich, wie die Blicke der Toten auf mir lasten. 10. 10. Auftrag abgeschlossen. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Ähm. Okay. 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 Ja schon. Pumpteulich auch. Warum hast du die Zettorten bereits heute im Dreck liegen lassen? Komm her. Pumpteulich auch. Gut. Optionen. Dann müssen wir uns woanders nachdenken. Okay. Lass uns unsere Schwerter kreuzten! Okay und wie... Okay so tut ich dich auch. Okay. Machen wir gleich weiter. Der Verfolger. Was glaubst du wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund ihnen zu folgen. Okay. 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 Wenn wir ihn leiden. Oh! 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 Sieh dich vor. Diese Kreatur führt uns noch in den Untergang. Okay. Okay. Ja, wir werden das... Okay, und das wird der nächste. Okay. 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 Jetzt runter. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Mauern sind ihm kein Hindernis. Nichts als Blanken. Ja, wir haben ein Tod. Ich habe hier gehört, in Kirit Ungol sollen sich merkwürdige Wesen herumtreiben. Weißt du, was die sein könnten? Nein. Ich würde dort nicht für alle Silber Gondors hingehen. Ja. Da war wohl nur eine Ziege im Gestripp. guten morgen meine damen und herren ich stehe in deiner schuld die spuren des geschöpfs führen in die höhle eines karagor dort es läuft okay ja ja Guck mal, Guck mal. Okay. 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 Okay.